Egal wer du bist, deine Ernährung beeinflusst, wie du dich fühlst. Doch kannst du dich immer auf sie verlassen? Gerade zwischendurch, wenn die Zeit knapp wird. Zu oft müssen wir unsere Ernährung dem Zufall überlassen. Es wurde Zeit, den Snack neu zu denken. Vor gut einem Jahr haben wir uns überlegt, was sollte so ein Snack eigentlich können? Klar, er sollte uns Kraft geben und uns helfen, wieder zu fokussieren und dabei am besten noch extrem lecker schmecken. Und was uns am wichtigsten war, ist, dass wir ihn danach nicht bereuen müssen. Dass er uns auch langfristig gut tut. Und das gab es einfach noch nicht. Und deswegen haben wir das Ganze selbst in die Hand genommen und sind dabei neue Wege gegangen. Gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlern haben wir die Nährstoffe identifiziert, die dein Körper braucht, wenn Leistung und Konzentration mal nachlassen. Von vornherein beuten wir weg von synthetischen Pulvern hin zu natürlichen, roh belassenen Zutaten. Denn nur wenn Nährstoffe in ihrem natürlichen Netzwerk miteinander wechselwirken, kommen sie auch dort an, wo du sie brauchst, in den Zellen deines Körpers. Nach unzähligen Prototypen und Rezepturen sind wir stolz, euch NuKau vorzustellen. Die Suche nach den Zutaten, die unsere Kriterien erfüllen, hat uns unter anderem nach Bali geführt. Kakao wächst hier in seiner natürlichen Umgebung, im Urwald, keine Großplantagen. Wir haben Ben getroffen. Er versteht es wie kein zweiter Kakao roh, also stets unter 42 Grad zu verarbeiten, damit alle wichtigen Nährstoffe erhalten bleiben. Auch alle weiteren Zutaten sind danach ausgewählt, wie gut sie dich mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Zum Beispiel Hanfsamen sind mit 30% Proteingehalt eine der besten Eiweißquellen überhaupt und weisen sogar das perfekte Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren auf. Wir haben darauf geachtet, dass NuKau so wenige Kohlenhydrate wie möglich enthält. Kurzfristig verhindert das, dass du dich schlapp und müde fühlst und langfristig hilft es dir, fit und schlank zu bleiben. NuKau besteht ausschließlich aus Zutaten in Bioqualität und wird nachhaltig verpackt in einer biologisch abhabbaren Folie und geschützt von recycelbarem Karton. Wir haben wirklich alles gegeben, um euch den ersten natürlichen, ernährungswissenschaftlich optimierten Snack zu entwickeln, der dabei auch noch lecker nach Schokolade schmeckt. Seid die Ersten und probiert's aus! Hey Leute, wir sind es nochmal. Ihr seid also die Ersten, die NuKau überhaupt probieren werden. Wir haben schon vieles dafür getan. Die Produktionsstätte steht schon fast, wo wir NuKau für euch von Hand herstellen werden. Genau, und damit stehen wir gleich auch vor dem ersten großen Meilenstein, nämlich der Bestellung unserer Zutaten. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Ja, und alles was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur ganz, ganz viel Lukau essen. Und ja, wir schicken es zu euch nach Hause, wenn ihr euch einfach eins dieser Angebote da unten aussucht. Ja. Okay. Okay. Schöne ich noch mal ein Stück? Mhm.